Ja, einen schönen guten Abend meine Freunde auf MerrickTV zu einem neuen Unboxing-Video. Und das Produkt des heutigen Tages ist Freche Freunde von der Firma Erdbeer Bio Fünfmal freche Freunde zum Sammeln. Steht hier Packung sehr bunt, ohne Zusatzstoffe Rosinchen, Aprikose, Apfel, Birne und Feige Rosinchenfruchtmix Fünfmal 14 Gramm Ist in so einer Tüte Und dann steht hier noch hinten auf der Tüte Wir möchten dir helfen, gute Essgewohnheiten zu entwickeln und eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse aufzubauen Wir sind ganz ohne Zusatzstoffe, denn du brauchst uns pur Wir entsprechen einer deiner fünf pro Tag Empfohlenen Obst- und Gemüseportionen Wir sind praktisch zum Mitnehmen und du kannst uns sammeln Ja, ähm War ich natürlich sehr, sehr Neugierig, was jetzt in der Tüte wirklich vorhanden ist Ja, geht schon Also das Öffnen der Tüte fällt einem natürlich sehr, sehr schwer, muss ich sagen Aber jetzt haben wir die aufbekommen und dann haben wir wirklich hier fünf von solchen Päckchen hier Ähm, freche Freunde Feige Ja, ich zoome das mal hier Moch mal für euch Ein bisschen näher Ja, dann haben wir hier Freche Freunde Apfel Freche Freunde Birne Ja Und hier Also wirklich Sehr nice Nehmen wir mal den Apfel Und öffnen jetzt mal Was ist das denn? Alter Falter Ach, das sind so eine Rosinchen hier Da sind hier so eine Was das auch immer ist, ja Freunde Was es auch immer ist Boah Ich steh auf sowas ja gar nicht Also Da sind wirklich so Rosinchen mäßige Packungen In All diesen Geschmacksrichtungen hier Ja Also Ja, doch Ziemlich lecker Muss ich sagen Vitamine schaden ja nie Also wirklich sehr sehr lecker Kann man sich wirklich gönnen 1,49 Bei Reichelt Freche Freunde Bio In fünf verschiedenen Sorten Meine Freunde Wer es schon probiert hat Schreibt mir Wie es ihm Geschmeckt hat In diesem Sinne Meine Freunde Die frechen Freunde Und Maverick Sagen Dankeschön fürs Zuschauen Bis zum nächsten Video Meine Freunde Peace out Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video